Und da geht es weiter mit Track2Yomi. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen neunten Episode hier. Immer noch in der Unterwelt, aber nicht mehr im richtigen Chaos unterwegs, sondern nur so im Halbchaos. Große Tempel, die heile sind, aber krasse Gegner. Also, viel Spaß mit der heutigen Episode. Da kommt wieder der Teleporter. Ich dachte, er teleportiert sich hinter uns, ist er wieder vor uns. Hab ihn! Tja, nur weil du so einen Helm aufhast, bist du noch lange nicht Lord Raiden. Leute, vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Bleib liegen! Okay, wir können weiter. Einschreien! Yay! Okay, wir können wieder geradeaus gehen oder nach oben. Ich kann die Kamera leider nicht drehen. Ah, okay, hier muss ich, glaube ich, wieder schnell raus, ne? Was haben wir gekriegt? Schuriken. Ich dachte, die Wände ziehen sich sonst wieder so zusammen. Aber schöne Kameraeinstellungen war das gerade. Okay, kein neuer Eintrag für das Tagebuch. Okay, was haben wir denn hier noch? Oh, Gott, mein Mikro ist ein bisschen dichter ran. So, jetzt sitzt ich ordentlich. Schine! Lass das! Lass das! Na, jetzt hat sie wieder Schiss, ne? Spinning Finish Kick. Oh, der ist ausgewichen. Der war auch nicht schlecht. Ich habe noch Ausdauer. Ich mag euch nicht. Immer müsst ihr euch teleportieren. Ne, ich gehe hier lang. Ah, da liegen noch viele Sachen. Munitionskapazität. Neuer Sammelgegenstand. Schwarzer Ikazushi. Kuroi Ikazushi, der schwarze Donner, entstand im gährenden Magen der toten Isanami. Er ist der wirbelnde Furor der Donnerwolke. Ah, der ist wie ein Bauchnabel. Super, hier ist nur die große Blumenvase, dann können wir hier weitergehen. Müssen wir hier hoch. Wow. Da baut sich wieder was zusammen. Aber hier auch. Ja, ich gehe mal da drüber. Da liegt, glaube ich, vielleicht nur ein Item drauf. Ja. Ausdauer leben. Ausdauer. Ja, umso mehr können wir auch blocken und sowas. Ist auch gut. Baut mal schnell... Oh, hinter mir bauen sich die Dinger wieder ab. Ne, auch fest. Lass mich... Lass mich doch... Ich will runter von diesen Dingern. Haha, daneben. Wie der einfach da noch rüber kann. So. Dreh dich mal um. Nicht rückwärts laufen. Speicherstein. Die ganzen Gesichter oben, ey. Wuh. Nicht schlecht. Keine Angst haben, was vor dir liegt. Ist vielleicht alles nicht so real. Okay, ein Bein jetzt. Biegender Ikazushi. Das rechte Bein der Mutter Isanami brachte Maden hervor, die anschwollend und zum Gräser biegenden Donner heranwuchsen, der immerwährenden unaufhaltsamen Kraft des Sturms. Das waren schon krasse Geschichten, die sich so ausgedacht haben, die Leute. Weiter geht's. Durch diesen mega riesigen Teppel. Ne, umkehren wollen wir nicht. Deine Ecke geht's auch nicht. Also gehen wir wieder hier rüber. Kampfarena? Oh, oh. Wer ist das? Ah, der wieder. Der hat unsere Leute getötet mit seiner Naginata hier. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt kommen doch Kollegen. Aber dann kann ich mich heilen vielleicht. Oder auch nicht. Oh, oh. Doch, ja. Habe ich gleich wieder volles Leben. Das ist perfekt. Ja wohl. Hahhah. Blockbrechende Kombination. Dreimal leicht und dann den schweren. Hatten wir das nicht schon mal? Ne, da steht vier schnelle Angriffe mit einem verheerenden Schlussangriff. Doch, ist ja... Eins, zwei, drei, zack. Aber das sind doch vorne den, oder? Also so? Ne. Naja. Zu viele Kombos. Lieber sich ein paar aussuchen, mit denen man zurechtkommt und die immer gut funktionieren. Damit fahre ich im Moment ganz gut. Heilungsschrein. Das war ein Bein. Das rechte Bein jetzt, ne? Tosender Ikazushi. Ein Ikazushi verwesendes... Ne, das ist noch nicht das linke Bein. Linken Bein erhob sich Naru Ikazushi, der tosende Donner, das Grollen endloser Donnerschläge. Das soll links sein? Fuß sieht aus wie rechts. Egal. Gibt Leute, die haben andere Füße. War ja mit dem Türzug. Darabereintrag. Täuschungen auf Schritt und Tritt. Mach halt kaputt, ey. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als weiter voranzuschreiten. Yay, Prostkater wieder am Start. Dankeschön. Ah, wenigstens mal hier ein bisschen Sand. Angenehmer zu laufen. Ah, in dem Moment beim Umdrehen trifft der Typ mich. Noch einer. Nice. Gar nicht, gar nicht erst teleportieren lassen hier die Vögel. Sieht wirklich aus jetzt fast wie so ein, entweder eine Wüste oder ein Meeresboden. Aus Lebenspunkte. Gesundheit erhöht. Dankeschön. Wow, was für ein Ödland. Guck dir das mal an, ey. Nein, nein. Nicht schon wieder diese Reiter. Daneben. Wenn die einfach viel zu früh schlagen, brauche ich gar keine Angst haben. Bis hierhin kommen sie nicht mehr. Nicht nur für dich, andere auch. Geh, blücher ein. Ne? Daneben. Geh, blücher. Daneben. Geh, blücher! Geh, blücher. Geh, blücher. Eie, blücher! Ach, blücher! Habe ich? Nein, noch nicht. Alter, lass das mal. Komm schon. Die steht immer so weit weg, die blöde Stante hier. So, jetzt ist sie weg, die Hexe. Großartiger Gegner. Alter. Unverwundbar, wenn ich finnische Animationen mache. Aber du nicht. Komm mal da rauf. Ne, schade. Okay, wo sind wir denn gelandet hier? Alter Hafen? Sieht aus dem Buch hier. Wir fluten das schnell ins Boot. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Ich muss das Boot zuerst losmachen. Mist, jetzt kommt der Kampf noch mal. Ich muss das Boot zuerst losmachen, weil das ist fest, dann schwimmt das nicht. Ah, 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 ah. Schade. Nein. Oh, die will einfach nicht draufgehen. Ja, jetzt aber. Okay, dann sind wir jetzt wieder beim... Nein, noch nicht beim Boot. Schade, schade, schade. So, jetzt muss ich den Knopf drücken, sondern erst das Seil hier lösen. Jetzt den Knopf und dann ins Boot. Reihenfolge wichtig. Interessant gemacht, das Rätsel. Und da oben ist der nächste Schrein. So knapp davor, ey. Du musst da einen Fehler und darfst du den ganzen Blick machen. Okay, ich darf weiter. Heftig. Genau, die Hälften noch im Leben sind. Das ist ja der Weg, den ich einschlagen wollte hier. Alter. Boah, elender. Ich will nicht... Ich will nicht mehr Geister kämpfen hier. Mag Geister nicht. Alter. Wenn ich beim... Umdrehen einfach immer unterbrechen bei meinen schönen Schlägen hier. Meinen perfekten Kombos. Eins muss man ja sagen. Die Umgebungen sind schon abwechslungsreich gestaltet. Vom Stil her auch. Und was so passiert drumherum. Dass einige Sachen so kaputt gehen, andere Sachen weniger. Oben haben wir wieder... So eine Scheibe zum Drehen. Okay, was ist denn das hier für eine Höhle? Gesundheit erhöht. Ach, guck mal, jetzt ist der Gesundheitsbalken genau wieder so lang wie der Ausdauerbalken. Endlich mal wieder aufgeholt, was das angeht. Aber was hier nicht mehr ist, sind diese Kokons mit diesen Spinnenbeinen. Die waren echt ätzend. Okay. Wir haben da ein A ganz rechts oben. Ziemlich kompliziertes Zeichen. Und dann das. Okay, das sich zu merken ist nicht so einfach. Gerade wenn du das nicht so richtig lesen kannst. So, mein Kanji ist nicht so gut. Das müsste aber das hier sein. Dann müsste hier das hier sein. Plus dann hier das A. Na, was baut sich da zusammen? Turm. Turm, schön. Kann ich hier runter? Nee, aber da drüben ist ein Knopf. Umgebungsrät, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hab's doch schon fertig. Es baut sich noch mehr. Wow. Aha. Dafür hat man also nicht so viel Zeit, um hier rüber zu kommen. Okay. Wir haben jetzt den Jungen. Die Maden, die aus der einst zarten Hand der Mutter Isanami hervorgequollen wurden, zu Waka Ikatsushi, dem jungen Donner, der immer und immer wieder die Sturmpeitsche Nacht durchheilt. Sturmgepeitschte Nacht, okay. Alles hat irgendwas mit Donner zu tun bei diesen Isanagi-Gegingsbums. Komme ich jetzt hier einfach weiter? Doch, hier ist noch ein Scherter. Das bleibt halt nicht lange. Ich muss jetzt schnell sprinten, damit ich da hinten hinkomme und hier bin. Dann kann der Weg ruhig kaputt gehen. So, wo sind wir jetzt? Wer hätte gedacht, dass der längste Part hier die Unterwelt ist. Aber gut, bei dem Namen Track to Yomi kann man schon erahnen, dass Yomi eine große Rolle spielt. Also diese Totenwelt. Natürlich noch mehr. Tritt dich um. Nein, nicht schon wieder. Hat er was gemacht? Jawoll. Kommt, da hat man so ein Geist wieder angeflogen, ey. Was hat er die vor? Das sieht ja auch nice aus hier, die Treppe. Ich weiß nicht, ich benutze es echt wenig, so die Fernkampfwaffen und sowas, aber das Kämpfen macht halt echt mit Schwert mal am meisten Spaß, finde ich. Schöne Aussicht. Okay, was ist, wenn ich die Leiter hier runtergehe? Komm ich da noch mal woanders hin? Kann ich gar nicht. Da steht zwar eine Leiter, aber ich kann... Doch, jetzt. Jetzt mach das. Noch eine Leiter. Ah ja, guck mal hier. Munitionskapazität ist aber voll... Ne, es ist wieder erhöht. Ach, nur dafür. Na ja. Ausdauer oder Lebenspunkte hätte ich besser gefunden, aber man nimmt alles, was man bekommt. Ist kostenlos. Oh, okay. Oh nein, ich kriege schon wieder. Hat die Selbstmord gemacht? Auf jeden Fall ist es gut. Genauso wie der. Nein. Ich hab ihn so fast... fast gehabt, ne? Ach. Immer beim letzten Schlag vor dem Finisher tauchtet er sich. Der zum Glück nicht. Im Hintergrund noch wieder so ein Riesengesicht. Von Günther. Mhm. Da kann man hochklettern. Kann man hier runterlaufen? Ne. Das geht nicht. Da hoch. So, kommen wir jetzt noch hin. Ausdauer erhöht. Nice. Puh, die Klippen sehen auch nicht einladend aus. Sieht aber so aus, als müssten wir da oben zu den Tori-Tor. Vielleicht ist das der Durchgang wieder zum Reich der Lebenden, weil auf der anderen Seite auch nichts ist. Nein. 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 Alter. Wie der immer nach hinten ausweist, wenn ich eine geile Kombo mache. Dein Teleportieren lützt dir jetzt langsam nichts mehr. Ich hab dich durchschaut. Nein, keine Hexen. Oh, die war diesmal schnell tot. Warum das denn? Ich hab nichts geändert. Die war trotzdem irgendwie schnell tot. Hoch da. Wir sind fast da, glaube ich, beim Tor. Oh, das ist das Anfangsbild, wenn man das Spiel startet. Dann sieht man, sieht man dieses Tor und diese Klippe. Jetzt merke ich das erst. Okay. So. Hatten wir hier was Neues? Täuschungen, äh, Schritt und Schritt. Nee, nichts Neues hier. Ding Dong. Geht das Tor gerade zu oder auf für uns? Wir können die Totenwelt, glaube ich, verlassen. Was ist das denn? Das ist unser Sensei, Sanjuro. Ja, genau. Alter. Mächtiger Angriff. Ja, auch immer, jetzt rumzuspringen. Alter. Hey, das meint immer, dass du Boden geworfen wirst. Da bringt das Blocken gar nichts. Da blockst du diese Angriffe, aber die sind so mächtig, dass sie dich umschmeißen und trotzdem noch voll viel Schaden machen. Okay, mein Schwert ist einfach zu kurz. Okay, jemand hat nicht mehr Schaden gemacht. Ja, komm, ey. Ja. Wenn man selber einfach so ein kurzes Zahnstocher-Schwert hat und die alle so riesen, riesen Speere, ey. Da kannst du nichts machen, Alter. Mal gucken, ob ich bei denen vielleicht mal ein bisschen weiter weg bleibe. Vielleicht nochmal ein, zwei Schuss aus der Flinze abgebe. Mal gucken. Irgendwie einen Vorteil muss ich mir ja machen, wenn er so eine lange Waffe, äh, ja, so einen langen Speer hat. Das ist unser Meister, Sanjuro. Okay. Leute, es geht in der nächsten Episode weiter. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß heute zuzusehen. Es ging heute echt, ja, schnurstracks geradeaus. Aber das scheint das Tor zu sein, was uns aus der Totenwelt wieder herauslässt. Also in der nächsten Folge geht's weiter mit Track to Yomi. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.